Der ehemalige DSDS-Kandidat von 2011, Norman Langen, führt seine große Liebe vor den Traualtar. 2011 ländte er seine Verena während der DSDS-Zeit kennen. Die mittlerweile 27-Jährige arbeitete damals für die Produktionsfirma, die die TV-Casting-Show produzierte. Bereits im November hat das Paar standesamtlich in Kleve, der Heimatstadt von Verena, geheiratet. Am 17. Dezember soll dann auch kirchlich geheiratet werden und im Anschluss die Riesensause mit 80 geladenen Gästen in seine Heimatstadt Würselen steigen. Und dafür haben sich die beiden Frischvermählten ein ganz besonderes Hochzeitsmotto einfallen lassen, nämlich The Oscar Goes To. Der pures Goldschlagersänger erklärte der Bild-Zeitung, das haben wir uns ausgesucht, weil wir uns ja beim Film und Fernsehen kennengelernt haben. Diese Liebe ist wirklich Hollywood-reif. Wir wünschen dem Brautpaar eine tolle Party. Wir wünschen dem Brautpaar eine tolle Party.